Durch das Programm führt sie Wolf Frank. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen Samstag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Edelseer! Die Hände nach oben und wir klatschen gemeinsam, liebe Gäste! Hey, 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 jawohl! Ja, jetzt geht's da hin, super! Ja, und rein in der Früh, wo der Haub macht der Graf... Einfach Spitze, begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus bei uns die Vierkanter! Viel Vergnügen! Immer wieder sonntags fehlt die Erinnerung. Ja, die Vergastlichkeit, lass grüßen. Die ganze Geschichte und die Sätze... Danke schön. Noch einmal herzlich... Willkommen. Vor genau 50 Jahren, da wurde der Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das die Welt der Glastechnologie entscheidend mitgestalten sollte. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam feiern, denn gemeinsame Erlebnisse, die behalten wir uns in Erinnerung und wir müssen uns ja heute vorbereiten für die nächsten 50 Jahre. Die 70er. Das Leben wird bunter. Die 80er. Amadeus 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 Am Mit unserem Produkt, wo wir Dreifachglas mit dem Gewicht zum Zweifachglas und mit besseren Energiewerten erzeugen können, haben wir weltweit für Aufswingen gesorgt. Die 2000er Wir kommen zum offiziellen Spatenstich fürs Liesitz-Museum und ich sage 3, 2, 1, los! Die 2000er Wir kommen zum offiziellen Spatenstich fürs Liesitz-Museum und ich sage 3, 2, 1, los! Ich bin deutsch-noyt und bin hier, wo ich sage, kommt alle, ich bin aus Australien. 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 Ich bin aus Australien.